Ah, da habe ich nicht. Da geht er wohl woanders hin, wahrscheinlich. Jetzt ist er unter dem Tisch. Ja, mit dir. Oma, lach einmal. Lachen sollst du. Da, eine lachen. Die wollen wir heute nicht zum Fräsen haben. Die sind ja schon mal, gell. Nein, der ist ja so ordentlich. Mir gefällt das Butterbrot. Schaut aber auch gut aus jetzt. Hat aber lange genug gedauert.